Musik Willkommen zurück meine Lieben bei einer neuen Folge Song of Iron. Wir suchen gerade den Weg. Mal wieder. Weil wenn ich was nämlich nicht kann, dann ist es scheinbar hier Orientierung. So, wir klettern hier mal rauf. Und schauen mal. Ob sich hier noch anderweitig ein Weg ergibt. Ach ja, da war ja die Sache mit der Zugbrücke, ne? Die Zugbrücke. Wie kriegen wir die denn runter? So. Wir hüpfen mal hier rum und durch die Gegend. Ich glaube, das mit der Zugbrücke. War nicht hier. Nein, 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 nein. Danke, dass du nicht runtergefallen bist. So. Ich kann es einfach nicht. Wie gesagt, das mit dem Klettern, das ist hier so eine Sache. Man darf die Leertaste nämlich nicht loslassen. So. So. So, konnten wir hier jetzt irgendwas... Kommen wir hier drüben... Nee. Nee, genau. So. Hier hoch. Ja, 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 schwer, schwer, schwer. So. Die Leertaste nicht loslassen. Gab es jetzt hier noch was? Nee. Oder? Da habe ich vorhin nur zwei. Okay, genau da gab es einen Stein. Oh, ich glaube, die heilen einen. Kann das sein? Naja. Oh, hier. Das ist jetzt eigentlich der einzige Weg, der mir noch einfällt. Ach ja, da haben wir noch eine Tür. Ah, Moment. Ja. Siehe da, es werde Blitz. Schön. Jetzt hat das auch Sinn ergeben. Hm. Verdächtig. Ich höre irgendwas. Ah, das höre ich. Naja, gut. Ja, so, so, so und ich. So. Tot. Sehr gut. Speicherpunkt. Und jetzt sind wir hinter der Zugbrücke. Sehr gut. Sehr gut. Ich möchte noch mal betonen, wie schön ich hier die Hintergründe finde. So. Da ist mir schon wieder zu viel Platz. Das sieht schon wieder so nach Bossfight aus. Ach, 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 ach. Ja, wir hätten nicht hierher kommen sollen, dass der Goblin King. Ja, 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 ja. Ne, he, 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 he. Also, obacht. Das sind aber viele. Okay. Okay, alles klar. Alles klar. Ach, du Kacke. Hilfe. Schwimmen. Schwimmen. Ich finde, ist, dass man schwimmen kann. Okay. An diesen Steinen lädt sich alles wieder auf. Das haben wir gerade gesehen. Wir sind wieder komplett voll. So. Der wartet aber mit Sicherheit irgendwo noch auf uns, oder? Der Goblin King, der war, glaube ich, in der Hobbit, ne? Ja. So. So. Nein. Ja, genau. Danke. Ach, schön. Ich sag's euch. Ich sag's euch. Nicht gut. Nicht gut. So. Nein, 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 nein. Oh, Gott. Oh. Das ist ja... Ah. Und jetzt? Wo wollen die denn hin? Okay. Und was tue ich jetzt hier? Ich komme hier nicht mehr weg. Muss ich da hoch? Ja, okay. Ich kann mich auch einfach umbringen, um wieder von vorne starten zu können. Aber irgendwie muss man da doch wieder hochkommen. Hm. Ohohohohoho. Das war knapp. So. Das ist schon gemein. Vor allem, weil man durch die Schatten manchmal gar nicht sieht, was man da eigentlich tut. So. So. Okay. Vielleicht muss ich mein Ding da aktivieren. Ah. Mach mal gleich nochmal. Meine Geschwindigkeit. So. Oder ich muss mich ducken. Ich muss hier in die Lücke rein. Ich muss in diese Lücke. Glaube ich. Unglaublich. War ich bei Mario eigentlich auch so schlecht? Ich glaube ja. Hm. Diese, diese, diese Spring- und Hüpf-Passagen, die sind tatsächlich die schwierigsten. Also das Schwierigste im Spiel. Ich muss hier in die Lücke gehen. Zack. Lalalala. So. Ah. Lauf doch, du Nuss. Ich werde es hinführen. Ich werde es, also, ich werde es, also, ich werde es schaffen. Vielleicht. Das Dumme ist, man darf nicht drüber nachdenken. Das ist tatsächlich am einfachsten, wenn man einfach läuft. Uh. Ja. Vielleicht. Na, vielleicht machen wir es auch einfach mal mit Geschwindigkeit. Uh. Jawoll. Nein, 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 nein. Hehehe. Ja. Und jetzt? Ja. Passt. So. Ne. Wird mir ja gleich wieder umgenietet. So. Also. Sako. So. So. Stopp. Und weiter. Von innen. Juh. Puh. Und jetzt? Ah. Jetzt komme ich hier echt nicht mehr hoch. Doch. Aber, okay. Jetzt wird es peinlich. Also, ich melde mich wieder, wenn die Passage vorbei ist. Bis gleich. Hallo, ihr Lieben. Da bin ich wieder. Da hat es schon ein Momentchen gedauert, bis ich den nächsten Speicherpunkt hier bei den Kugeln erwischt habe. Aber ich habe es letztendlich irgendwie geschafft. Hat aber ein paar Anläufe jetzt noch gebraucht. Also. So. Dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Was das jetzt hier schön ist. Was ist das denn jetzt? Ah, okay. Gut. Oder auch nicht gut. Ja. Ah. Okay. Wie ein Aufzug quasi. Schauen wir mal. Nicht, dass wir jetzt hier zerquetscht werden oder so. Komisch. Doch. Nein. Huh. Komischer Käse. Aber ein Ogre wartet auf uns. Ja, wie schön. Wie schön. So. Pfeile. Ich bin Pfeile, Pfeile, Pfeile. Sehr gut. Was passiert hier hinten noch? Nichts. Nur so ein toller Hammer. Schauen wir erst mal auf rechts, was auf uns wartet. Ja. Eine Kletterpartie. Schauen wir mal. Wieso sterbe ich gerade eigentlich? Kann mir das mal jemand verraten? Ist das, wenn man sich außerhalb des Spiels... Okay. 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 Ich weiß gar nicht, ob das, ich muss gerade sagen. Keine Ahnung, ob es geht, dass man sich da überhaupt vorbeischleit. Okay, kommt man hier eventuell gar nicht weiter und muss unten landen. Und ja. So. Das kann natürlich auch sein. So. Dann müssen wir hier aber mal unser... Uh. Toll. So. Sehr gut. Okay, also wir brauchen wieder ein paar Symbole. Eins haben wir jetzt. Gut. Okay, verstanden. Uh, das war jetzt aber knapp, dass ich nicht schon wieder draufgegangen bin. Ja. Na dann. Muss es ja irgendwie hier weitergehen. Wahrscheinlich hat sich mir nur mal wieder die Kletter... Das mit dem Klettern. Was könnte man denn da machen müssen? Ach, okay, ja. Ja. So, nächster Stein aktiviert. Das ist doch schön. Schauen wir mal, was hier noch geboten wird. Der nächste Stein wäre hier eigentlich zu einfach. Oh. Aber da ist er. So, jetzt muss man nur die Tür wiederfinden. Okay. Und du? Äh, ja. Ist manchmal nicht so gut. So. Jetzt Orks. Weil... Närrischer Tuck. Trommeln in der Tiefe. Hahaha. Ähm. Oh nein, ich habe den Ballrock geweckt. Boah. Boah. Oh nein, ich habe den Ballrock geweckt. 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 Sehr gut. Das finde ich auch schön, dass man die Pfeile wieder einsammeln kann. So. Okay. Sehr schön. Gebracht hat es uns jetzt zwar nichts, aber wir leben noch. Auf zur Tür. Oh, Ja, das ist typisch. Muss ich jetzt den Oga nochmal besiegen? Muss ich? Tatsächlich, das ist jetzt frustrierend. Aber gut. Zack. Wir wissen jetzt zumindest, was wir machen müssen. Was ja schon mal nicht schlecht ist. Füßbohm! So gut, dass die nicht klettern können. Vielleicht. Ich weiß es nicht. So. So. Von euch komme ich ja eh nicht vorbei. Ohne, dass ihr mich bemerkt. Also. So. 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 Hä? Oh nein. Hallo, was soll das? Das ist tatsächlich gerade ein bisschen sehr baggy, das Spiel. Okay, wir klettern, obwohl Okay, ich glaube, das ist ein Zeichen, ihr Lieben. Wir machen an dieser Stelle einen Cut und ich starte das Spiel nochmal neu. Passiert. Sie ist ganz außer Atem davon, in der Luft zu hängen. Wer ich auch ist anstrengend. Also, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss! 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 Untertitelung des ZDF, 2020